ihr kennt das problem ihr habt eine weiland heizung zu hause und ein blindes display nach einer gewissen zeit ja mein display ist hier auf der linken seite schon ganz schwarz gut hier wird jetzt doch ein kleiner schatten geworfen aber man sieht dass die linke seite dünkler ist als die rechte das heißt man kann das display kaum noch ablesen es handelt sich bei meinem gerät nämlich das steuergerät mit dem display um ein vrc kalormatic mf oder auch mftec ich werde euch in diesem video zeigen wie man dieses blinde display reparieren kann denn wenn ihr die techniker bestellt wird euch der sagen das ist leider nicht reparabel wir müssen ein externes display einbauen das ungefähr 1500 euro kosten wird sie werden nämlich sagen dass diese alten steuergeräte nicht mehr produziert werden und daher nicht erhältlich sind bevor ihr loslegt an eurem heizungsgerät rumzuarbeiten vergesst auf keinen fall vorher das ding stromlos zu schalten hier in meinem fall habe ich den sich im sicherungskasten die nummer 14 ist unser heizkeller und den schalte ich ab und erst dann fange ich an am gerät zu arbeiten das ist besonders wichtig denn ihr müsst in das gerät rein und zu stromführenden teilen und dort sollte alles abgeschaltet sein um euer leben und eure gesundheit zu schützen dies ist übrigens keine anleitung die jemand durchführen sollte der keine ahnung davon hat wenn ihr also keine ahnung habt wie es mit stromführenden teilen so läuft dann holt euch bitte hilfe oder einen fachmann so noch mal zur erinnerung strom abdrehen nur bearbeiten wenn ihr auch eine ahnung von der materie habt ich übernehme hier keine verantwortung keine haftung für irgendwelche schäden am gerät oder leider kann es passieren auch am menschen so für das ausbauen des moduls benötigen wir nur ein paar schraubenzieher in diesem fall hier habe ich mir vorbereitet einen schlitzschraubenzieher einen größeren kreuzschraubenzieher und einen kleineren kreuzschraubenzieher der erste schritt ist hier an der abdeckung die ersten beiden schrauben zu lösen zweiten schrauben findet ihr hier unter dieser kleinen abdeckung die beiden schrauben müssen mal mit dem kleinsten kreuzschraubenzieher gelöst werden das mache ich jetzt mal wenn beide schrauben vorn gelöst sind kann ich hier den deckel abnehmen der deckel des weiland kessels ist nur aufgesteckt könnt ihr im prinzip abheben und dann mal zur seite geben hier noch mal der wichtige hinweis vergewissert euch wirklich dass der strom abgedreht ist bevor ihr hier weitermacht denn jetzt öffnen wir den deckel der zu den strom führenden teilen führt dafür nehmen wir jetzt den größeren schraubenzieher und gehen hier hinein lösen die schraube die ist mit einer feder befestigt ihr müsst ihr also nicht komplett raus drehen und dann könnt ihr den deckel hier abheben und nach hinten ein bisschen weg schieben aber ich muss die schraube doch noch etwas mehr lösen und dann seid ihr bei den strom führenden teilen so als nächstes nehme ich den schlitzschraubenzieher und ich werde das noch aus einem anderen winkel her zeigen dass man das genauer sieht also hier auf der linken seite befindet sich unser steuerungsmodul das wir ausbauen wollen weil wir jetzt weil wir sind wieder reparieren oder austauschen wollen das hier ist die erde die würde ich als letztes abziehen und dann müssen wir hier nur dieses teil hier lösen dieses teil und dieser stecker muss gelöst werden dafür nehme ich jetzt den schlitzschraubenzieher beginne immer so ein bisschen links und rechts den stecker herauszuhebeln das ist die einfachste variante das gleiche mache ich mit dem hier und das gleiche mache ich mit dem hier am kinder ziehe ich die erdleitung ab so jetzt muss ich die kamera wieder zur seite legen da ich hier beide hände brauche ich hoffe dass man das halbwegs erkennen kann jetzt ist das modul so weit von den oberen steckern gelöst und nun kann man es hier so ein bisschen herausschieben zuerst nach unten weg kippen und dann herausnehmen wobei jetzt hängen wir natürlich wieder denn hier sind noch zwei kabel das werde ich auch versuchen euch nochmal im video zu zeigen und zwar moment das bräuchte ich noch eine hand mehr ich zeige es euch mit dem schraubenzieher hier das ist das eine datenkabel der stecker und hier auf der anderen seite ja hier das ist der zweite datenkabel stecker da drüben die muss ich jetzt lösen bei diesem datenkabel steckern immer recht vorsichtig sein dass sie filigran sind und eben wieder nur an diesen feinen pins befestigt sind auch hier vielleicht immer so seiten hier genau jetzt habe ich sie beide gelöst und nun kann ich das modul zur gänze entnommen ich versuche euch das zu zeigen das ist das modul mit dem blinden display ja und wenn das display wenn das modul repariert ist oder ihr ein ersatz modul habt dann baut ihr es einfach in die andere richtung wieder ein und das machen wir dann nachher auch hier habe ich euch mal eins dieser steuergeräte komplett zerlegt zumindest soweit es geht ohne einen lötkolben zu benutzen wie ihr seht besteht das ding aus unterschiedlichen modulen links bzw in der mitte sehen wir das display wie ihr sehen könnt ist das display selbst völlig in ordnung obwohl es ihr vorher gesehen habt auf der einen seite komplett schwarz oder wie ich immer sage blind wurde das liegt daran dass der hier eingebaute pol filter irgendwann durch die uv einstrahlung des lichts schwarz wird das problem ist aber natürlich dass man dann nichts mehr lesen kann es reicht also dieses eine ersatz teil zu tauschen und alles andere ist egal und in ordnung ihr könnt so wie ich die chance nutzen und ein anderes gerät das ihr vielleicht in die finger bekommen könnt hernehmen als ersatzteilspender oder ihr kauft euch einfach eine folie auf amazon oder wo auch immer schneidet diese zu und legt diese ein oder klebt sie vielleicht leicht ein steuergerät ausgebaut aus dem weiland kessel wie gesagt ein vrc kalormatik mf oder wenn ihr im internet danach googelt werdet ihr vielleicht auch die bezeichnung mf tech finden die steht manchmal noch irgendwo drauf jedenfalls werden wir das ding jetzt auseinander nehmen vorher noch einen schluck kaffee so ihr dreht das gerät um wie gesagt die zwei werkzeuge mehr benötigen wir nicht auf der rückseite habt ihr insgesamt vier schrauben die einfach mit dem kreuzschraubens hier gelöst werden so das war es auch schon dann am besten nach rechts weg kippen denn hier ist noch ein kabel verbunden ich nenne das hier mal die haupt und stromversorgungs platine weil hier ist auch der trafo verbaut und alle zuleitungs und anschlüsse und hier müsst ihr einfach an dieser folie anziehen die ist dafür gedacht dass sie diesen stecker herauszieht ganz vorsichtig dieses teil könnt ihr schon mal zur seite legen und vorerst ignorieren weiter geht es bleibt hier noch eine zweite platine übrig und darunter befindet sich dann die display platine um dieses teil hier zu lösen müsst ihr hier wiederum ich weiß nicht ob man das im video gut sieht hier sind wiederum vier schrauben die gelöst werden müssen mit wiederum mit dem gleichen schraubenzieher diese schrauben sind etwas kürzer wenn sie also komplett herauskommen aus dem kunststoff dann legt ihr sie am besten separat zur seite damit ihr sie nicht mit den schrauben die wir vorhin gelöst haben verwechselt so bei mir sind hier drei hängen geblieben aber es kommt zu lösen das kann man jetzt zur seite legen ich gebe den vierten schrauben dazu jetzt haben wir hier eigentlich nur mehr das display und bedienmodul hier ist noch eine schraube die zu lösen ist damit man diese größere platine herunternehmen kann diese schraube ist von der größe wie die anderen vier innen zumindest sehr sehr ähnlich sie passen jedenfalls aber ihr könnt sie auch noch mal separat legen um zu wissen dass sie hier rein gehört nun könnt ihr dieses diese platine leicht anheben ihr seht schon sie ist hier mit einem flachbandkabel verlötet und können diese platine nach hinten weg kippen so ja hier wird es mühsam denn man kann nicht das komplette display tauschen da es hier verlötet ist man müsste hier also den lüt kolben aktivieren aber das ist gar nicht notwendig denn ihr könnt das display ist ja in ordnung und nur die folie ist eben blind durch die uv einstrahlung und das licht das heißt wir wollen ja zur folie herunter hierfür gibt es hier 1 2 3 4 5 6 7 8 kleine metall laschen die ihr nun das ging jetzt ab wenn es auf einer seite gelöst ist könnt ihr es anheben ich sehe gerade das verdrehen können wir uns sparen und das mache ich später jedenfalls könnt ihr es hier erkennen dass das display völlig in ordnung ist und das hier ist die folie die ebenfalls noch ganz in ordnung ist ich zeige euch mal im vergleich also man sieht hier ich weiß nicht ob man es auf dem video gut sieht an den rändern ist es noch komplett durchsichtig es ist hier keine folie sondern mehr ein plastik plättchen an den rändern ist es noch komplett durchsichtig das ist der bereich wo die wo nie licht hin kam und in der mitte ist es schon etwas dünkeler man sieht ja so einen gelblichen stich das ist natürlich der anfang vom ende denn irgendwann sieht so aus und ihr könnt gar nichts mehr ablesen das heißt dieses ding hier ist noch deutlich brauchbarer und deutlich besser als dieses denn mit diesem hier konnte ich fast keine werte mehr in diesem bereich erkennen was natürlich für die steuerung der heizung alles andere als toll ist das heißt wir werden jetzt dieses ding im anderen gerät einbauen und dieses hier werden wir so lang offen lassen und später werde ich noch eine folie nach bestellen und dann auch das reparieren nun werden wir im schnelldurchlauf den tausch und den wieder zusammenbau durchgehen wie wir vorhin festgestellt haben ist dieses gerät hier nicht unbedingt notwendig daher und zur seite und wir begnügen uns mit dem kreuzschraubenzieher hier habe ich jetzt dass best die bessere folie oder das bessere polfilter plättchen und wie ihr seht entnehme ich jetzt einfach hier aus der front das schwarze kaputte das ist unbrauchbar und stattdessen werden wir jetzt das hier einsetzen für das erste so das kommt mal zur seite denn jetzt müssen wir ja hier wieder das display montieren das display muss natürlich hier montiert werden kurz schauen wie es arrangiert gehört ja genauso denn das wird später so montiert das display kann nur auf der seite sein ganz klar wo es auch befestigt ist das heißt wir werden es wieder hier einsetzen links einschieben runter drücken und das vielleicht von der anderen seite zuerst probieren so jetzt aber sitzt display folie ist gut verbaut und alles ist fest so nun können wir das hier wieder umdrehen ihr müsst ihr darauf achten dass hier die auslassungen gut aufliegen und dann können wir schon die abdeckung aufsetzen ich habe hier die schrauben hier bereits drin und jetzt fehlt hier noch der vierte schrauben denn habe ich mir hier separat kürzeren gelegt für die mitte damit die platine schön fest sitzt nun gut nächster schritt den anderen teil das andere modul wieder heran nehmen dann hier wieder darauf zu achten ihr habt hier eine nase und hier eine aussparung das ist das sogenannte verpolung schutz beim einsetzen von solchen steckern müsst ihr immer ganz vorsichtig sein denn wenn es schief ist oder ihr irgendwie verkeilt kann es passieren dass ihr einen pin verbiegt und das wollt ihr auf keinen fall denn das zu reparieren wird dann mühsam nun können wir das ganze teil wieder einsetzen das ist auch ein bisschen flickel arbeit wieder alles einzusetzen dass man es gut passt platine muss hinein rutschen und jetzt können wir wieder die vier schrauben von außen fest schrauben falls sich jemand fragt warum ich nicht einfach das andere modul eingebaut habe kann ich euch sagen dass das leider einen anderen defekt hat ich habe es versucht ich habe das andere modul eingebaut ich war anfangs höchst erfreut dass beim start des beiland kessels alles augenscheinlich funktioniert doch interessant ist am anfang das modul hat eine funkuhr eingebaut oder funk antenne die sich über eine funkuhr die aktuelle uhrzeit und das datum sucht aber bei dem anderen modul ist es leider nachdem die uhr aktualisiert wurde hat sich das ding immer von allein resettet nach ein paar minuten ist es abgestürzt neu gestartet und alle settings waren wieder bei null das war leider unbrauchbar und ich konnte bisher nicht verifizieren was der fehler ist deswegen habe ich mich dazu entschlossen einfach aus dem anderen defekten modul hier nur das display auszubauen oder eben die display folie und sich hier zu verwenden wo die kaputte folie drin war aber sonst alles in ordnung ist nun ist das ding wieder ganz und bereit eingebaut zu werden und das sehen wir uns dann nachher noch an das reparierte modul mit dem schönen display haben wir jetzt parat das heißt wir bauen es wieder ein wieder von vorne reinschieben dann die datenkabel verbinden mit den steckern hier wieder achtung wegen den pins und ihr habt auch hier wieder die kleinen knubbel dran damit ihr sie nicht verpolt die kleinen knubbel sind immer rechts bei beiden steckern das heißt wir werden jetzt das hier mal einführen wieder der hinweis achtung es darf hier auf keinen fall strom anliegen also seid euch sicher dass die sicherungen für euren heizkeller abgedreht sind am besten ist es das modul nicht gleich reinzuschieben sondern es hier nur herzuhalten und mit der zweiten hand schon mal die datenkabel anzustecken das ist ein bisschen eine fitzelei und hier wie gesagt ist vorsicht die mutter der porzellankiste wie man so schon sagt er hat sich eigentlich diesen dummen spruch einfallen lassen nun den linken datenstecker haben wir verbunden der rechte datenstecker folgt zugleich ja nun können wir auch gleich den erdstecker wieder anstecken hier auf der linken seite der geht recht streng drauf aber wenn er mal sitzt dann sitzt er und jetzt wieder oben einfädeln unten nachschieben ein bisschen muss man es hin und her rücken bis es komplett sitzt und dann kann man hier wieder den einen stromstecker montieren den vierpoligen stecker und dann noch den er hat sich verkeilt und dann noch den dreipoligen stecker herrlich dann sehen wir zu dass alle kabel hier wieder drin sind als nächstes werde ich gleich wieder vorne die beiden befestigungsschrauben montieren damit das modul nicht mehr verrutscht so beide schrauben festgezogen nur handfest nicht überdrehen und hier überprüfen wir nochmal erde angeschlossen stecker angeschlossen alles fertig alles super dann nehmen wir uns wieder den großen kreuz schraubenzieher zur hand montieren wieder die sicherungsabdeckung für die stromführenden teile ziehen die schraube wieder fest und damit ist alles wieder safe wer motiviert ist kann bei der gelegenheit gleich auch ein bisschen das gerät aussaugen ich bin nicht motiviert ich habe noch den deckel drauf und fertig pro tipp zum schluss noch da ich ja nun festgestellt habe dass dieses display durch uv licht beziehungsweise generell lichteinstrahlung ab dunkel mit der zeit habe ich mir hier eine kleine folie beziehungsweise einen karton reingeklebt hier nur mit ein paar dick bändern von innen damit hier mal das licht abgedämmt ist damit einfach möglichst kein licht mehr auf das display scheint um die lebensdauer massiv zu verlängern und auch hier habe ich mir noch ein extra stück karton gebastelt dass ich hier nochmal rein zwicke und so kann wirklich gar kein licht mehr zur folie herankommen ja damit ist der weiland kessel wieder zusammengebaut das steuerungsmodul ist nicht mehr blind weil repariert oder getauscht und wir können den strom wieder aufdrehen gehen nun da alles wieder zusammengesetzt ist kann ich den strom wieder aufdrehen und wir können prüfen ob nun alles wieder funktioniert ich hoffe dieses video war dir eine hilfe lass doch ein like oder ein kommentar da und erzähl mir wie der umbau bei dir geklappt hat und abonniere auch gerne meinen kanal hier FOREF auf Rab vor ab Untertitelung des ZDF, 2020